Servus Klubfans, Ende April bedeutet normalerweise Liga-Endspurt für unsere Mannschaft. Das gilt für die Profis wie auch für unsere Nachwuchsteams. Aber durch das Coronavirus ist auch bei unserem NLZ einiges durcheinander gefippelt worden. Die Spieler halten sich im Moment individuell zu Hause fit, tauschen sich natürlich mit den Trainern aus, um einfach auf einem gewissen körperlichen Niveau bleiben zu können. Wie so ein Tagesablauf aussieht, das hat uns mal unser U19-Spieler Roberto Haetgen gezeigt, der uns ein kleines Video geschickt hat. Guten Morgen, mein Name ist Roberto, ich bin aus der U19 FCM. Und das ist mein Tagesablauf, oder ein Tag mit Roberto Haetgen. Kommen wir erstmal. Wir gehen ins Badezimmer und wir werden Handen waschen, weil Corona. Und dann wir... Wie heißt das? Ich bin Amerikaner, so mein Deutsch schreit, so... Ja, jetzt machen wir bereit für unseren Tag. Fertig? Komm, jetzt sind wir in meinem Haus in Amerika. Ich muss meinen Tag immer mit Kaffee starten. Also, wir machen Kaffee. Es ist morgen hier. Ja, 9.30 Uhr. Es ist zu früh für uns. Ich bin jetzt zurück in Amerika, weil Corona hat meine Saison gehalten. Und ich mag gar nichts. Ich mag gar nicht den selben Tag. Aber heute werde ich besuchen, das heute interessant zu machen. Mein Übersetzung ist ein bisschen schwer. Also, jetzt trinke ich ein bisschen Kaffee und dann gehen wir zum Kraftraum. Also, mein Kraftraum ist ein bisschen kleiner, aber wir haben viel Wasser. So, das ist gut. Okay, Krafttraining ist fertig. Jetzt gehe ich laufen. Ja, ich habe Spaß gemacht. Heute ist frei. Ich muss nicht laufen. Natürlich, ich muss laufen, aber heute muss ich nicht. Also, wir trainieren ein bisschen mit dem Ball heute. Fertig mit Fußball. Dann gehen wir rein. Ey! Magst du mein Auto? Jetzt, ich muss duschen. Actually, no, no. Bleib da. Wir machen Fotos, Taschen, Brotzen, aber... Ich bin ein bisschen Social-Media-Influencer, du kannst sagen. Aber ich sage das nicht. Ich bin eine normale Person. Und jetzt, ich muss YouTube schnitten, TikTok machen. Ja, alles. Instagram posten, ja. Mein neues Video auf TikTok hat 240.000 Likes. Das war super gut und ich war super glücklich auf das. Aber ich muss mehr machen. Jetzt, mein Tag ist fertig. Thanks for watching. Das war ich. Ich bin ein Winsterberhof. Ich bin ein Winn und ich bin ein Winn. Ich bin ein Winn und ich bin ein Winn.